Herzlich Willkommen zu meinem ersten Spiel mit Leipzig in der Karriere. Er war ja auch noch am Ball, hätte er auch als ausgegeben können, aber hat gepasst. Richtig schönes Tor, würde ich sagen und wir sehen, ob es jetzt so weitergeht. Ihr habt es vorhin gesehen, die Schwierigkeit ist halb profil. Wenn es zu einfach wird, das weiß ich noch nicht, ich habe erst 10, 20 Spiele gespielt, in einer anderen Karriere bzw. etwas so Anstoß heiß hat. Oh, jetzt ist es gefährlich. Oh, sie greifen an. Nein, nein. Ich wollte der Steuerung nicht ganz zurecht. Ich muss die Spieler immer wechseln und dann versuche zu grätschen. Aber im Moment grätsche ich noch oft daneben bzw. kriege ich den Ball irgendwie nicht. Na, die werden ja wohl nicht schießen. Oh, ich habe ihn wieder. Na, ich habe ihn wieder nicht. Doch, jetzt habe ich ihn wieder. Also, ihr seht, die Steuerung. Was war das denn für einen Passmann? Nein. Oh, den haben sie, oder? Vielleicht gehen wir noch was. Schön abge... Pass. Das ist das nächste Tor. Das können wir heute wirklich... Was wird das für ein Spiel, wie direkt Tor kassiert? 1-1, elfte Minute läuft. Oh mein Gott. Das wird... Dann... Fittisch wird das. Auf jeden Fall. Ja, ihr freut euch, ne? Nein, das hätte ich sitzen da und kommen. Er kommt einfach eine Flanke. Ich ver... Darin den Ball und der zieht Volley ab. In Winkel. Eiskalt. Oh, hier nochmal eine richtig nice Perspektive. Er schießt einfach... Das war ein schönes Tor. Also, im Vergleich zu diesem Tor war unser Tor eher... Naja, etwas... ...durchwachsen. Wir versuchen jetzt einfach über neue Angriffe ein Tor zu machen, aber irgendein... Ah. Ich hab das Gefühl, immer wenn ich sage, irgendwie klappt es nicht mehr. Kackts auch nicht. Wie, es klappt es bald. Der Torwart rettet mich echt oft. Also nicht in diesem Spiel, sondern auch für den letzten. Und er ecken sie mir gar nicht. So, der Torwart hat ihn bei. Alles gut, Ruhe war. Und ich hab ihn da wieder. So, ich geh jetzt wieder außen und... Also, ich hab ihn schon hier im Ball verloren. Der Torwart rettet mich schon wieder. Ja, das ist etwas einseitig hier. Schreibt mir in die Kommentare, ob ich das Ganze cutten soll. Also, diese Videos. Oder sollten ich einfach diese 4 Minuten mal 2 einfach durchspielen. Das heißt, 8 Minuten Fußball am Stück. Heute ein bisschen mehr, weil ich ja die Karriere am Anfang noch erstellt habe. Aber ich denke, das ist nicht so das Problem. Zumal ich dann etwas mehr von mir selber hört. Und... Ah. Hat doch klappt es gönnen, Mann. Ja, Forsberg hat eigentlich einen guten Spiel. Schuss, also so nach dem Militär, was man da sieht. Aber... Achso, bartelz. Hab ihn von hier oben gesehen. Ich spiele here mal aus der dritten Perspektive. So eine trudige Kamera. Von oben, im Fernsehen, komm, komm. Komm, komm, komm. Und jetzt geht hier etwa, doch, Äckend. Ich war überhaupt nicht gewohnt. Und jetzt sag ich期 hoffe, ich war den하지 zuot. Guck mal, ich z coisa. Und jetzt saggal das auch schwierig. Das istflüchtig, es ist dick OG und das ist echt kritisch. gut das war ein Foul natürlich ich trete ich grätsch ich mach alles ich hab auch immer das Gefühl der Schiri ist einfach gegen einen und irgendwie auch im FIFA manchmal so jetzt lauf hol ihr den Ball ein komm nächster, nächster drauf 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 diesen Eibauf haben sie sich wirklich verdient da haben sie die Runde super zugestellt sonst krieg ich hier noch Karten ich hab da auch schon drei roten das dann schon krieg ich vereinst die Spieler dann für nächstes Spiel gesperrt mal nicht, wobei das hier ist einfach mal eine Freundschaft zu lehren, ich glaub das ist trotzdem der Fall ähm ich sollte jetzt die Flanken ein bisschen sichern rein, geh weg ja einfach ähm ich hab immer noch dabei ihr seht das ist ganz schön chaot und ein bisschen Tempo hier rein und jetzt bin ich schon wieder in der anderen Hälfte vom Gegner oder so ich versuche einfach über die Flanken vorzumachen hier am Anfang drei Minuten so ein schönes Grund es klappt komm, schieß, schieß der Ausgleich, jetzt wird sie schon an da ist natürlich besser für die Zuschauer daheim das ist eine richtig interessante Partie oh, irgendwas genau so wie ich bin warum war nicht so im Abseits und damit zählt das dann natürlich nicht ja Kameramann da hast du es aufgenommen da haben wir die Situation noch einmal oh ich bin auf X gekommen klar im Abseits jetzt hab ich es über Sprung tut mir leid vor mir ich wollte es selber noch mal sehen ähm naja mal gucken ich greife nochmal ein und dann machen wir nochmal ein Tor jetzt so ey die Abwehr steht ja auch manchmal wie eine Mauer die stehen und stehen und stehen und stehen nichts passiert dann geht man da im Grunde einfach nur rein ich hoffe auch, dass ihr den Controller selbst nicht hört beziehungsweise irgendwelche Hintergrundgeräusche das wäre ärgerlich ähm mal sehen Kritik und sowas alles in die Kommentare dann sehe ich das schon ach schon wieder Ball verloren was ist das denn hier heute ich bin irgendwie sauer gerade ich bin irgendwie sauer gerade ich finde es fast ein bisschen dreist dass die mich nicht am Ball lassen ich glaube der Ball sitzt auch richtig mies bestimmt unter 50% für uns ich kriege einfach die ganze Zeit daneben aggressives Fresseln jetzt vielleicht komm ja fett den Ball so lauf 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 nein die Abseits oder ja doch da geht die Fahne hoch Auge Auge jetzt kommt bestimmt die Kameraperspektive ich lass es jetzt extra mal laufen und wo ist die Abseitsliebe wo ist die Abseitsliebe ja da ist die Abseitsliebe genau das meine ich also auch solche Details wurden in diesem Spiel echt super umgesetzt ich feier das einfach dass man an Abseitslieben und sowas denkt dass man die auch darstellt wie im Fernsehen halt durch Videoverweis gibt es in diesem Spiel nicht das heißt der Schiri sagt dann nicht Och komm wir gucken uns mal im Fernsehen an also auf Video was da so abgeht das ist kein extra Schiri oder sowas wie man überprüfen kann aber ich finde das auch ein bisschen unnötig auch in ReLife und das ganze neue Überlegungen was soll man im Fußball 60 Minuten lang machen also ein Spiel und dann glückliche Unterbrechungen und stoppen das ähnlich wie beim Handball oder derartigen Sport und ich finde das eher naja nicht so sinnvoll Oh wir sind gleich in der zweiten Halbzeit wir haben nur noch 3 Minuten Nachspielzeit 3 Minuten heißt 30 Sekunden vielleicht ok 5 Sekunden ich würde sagen wir sind uns in der zweiten Halbzeit ich muss mal gucken was ich jetzt mache und bis gleich so zweite Halbzeit ich würde sagen los geht's wir haben den Ball und einfach wie in der ersten Hälfte einfach nochmal so ein Sturm angehen doch nicht verdammt komm den Ball wiederholen jetzt drehte ich wieder ins Nichts wahrscheinlich ja na klar der geht lieber aus und gleich schießt sie wieder ein Tor dann raste ich komplett aus also die Grafik wie gesagt die feier ich mir ist das ganze total 1 1 ist eigentlich ganz fair wenn es so bleibt weil der Ballbesitz bei mir echt schlecht ist ich muss noch ein bisschen üben und auch Halbprofi habe ich jetzt zum ersten Mal so eingestellt am Anfang spielt man auch Amateur oder ähnliches so dass es noch sehr einfach ist und hier können die auch schon ein bisschen dribbeln und passen so wie ich das manchmal tue einfach durchrennen ist das Forsberg? ja ich meine komm es auf Paulsen lauf durch ja einfach abgenutzt das ist wie eine Mauer dahinten da kommt nicht durch die nehmen wir den Ball ab passen dahinten brav und boll ich sie einfach wieder weg das ist so belastend einfach belastend Nelep also Nelep also Nelep diese Wortwahl zwar nicht so aber mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor ich benutze es einfach beim Fußball passt es nämlich ganz gut auch bei Neu wenn es Snoop Jams gibt und so weiter da würde ich das auch belasten denn so ich würde sagen jetzt greift mir einfach mal mit dem Torwart an kommt überhaupt am ersten gegen vorbei bitte lauf vorbei schafft er nicht da muss ich den Ball dann abspielen und gehe wieder mal aus und wie wir es kennen schreibt mal eure Ideen was Taktik angeht und so weiter und in die Kommentare generell sollt ihr jetzt schon natürlich viel in die Kommentare schreiben wird fast zu viel ich habe selber den Überblick verloren ähm ja schreibt irgendwas in die Kommentare wenn ihr was wissen oder Fragen habt sonst was ich weiß halt auch nicht so richtig wie ich das kommentieren soll da muss ich noch ein bisschen üben weil ich kenne die Spielernamen nicht ich weiß nicht wie man hier trifft so richtig gesteuert ich muss mich da erstmal ein bisschen reinfuchsen selbst Kretsch nicht okay wenn ich ihn gesetz es geht immer vorbei es bringt alles nichts und der Torwart rettet mich bestimmt schon zum siebten achten Mal so jetzt haben wir den Ball ich glaube das Kater Kater ah Fehlpass verdammt komm hol den Ball bitte bitte Lauf der sprintet ja nicht mal Fernando Navarro so wir haben den Ball wieder und wir haben den Ball wieder nicht wir machen Fehlpass und so weiter das ist so ich stresse hier alles oh das ist Vorteil für mich oder für ihn für ihn warte mal kommt drauf wo durch den Ballmann Jungs bitte danke jetzt kommt unser Angriff passt den Ball weg ab ich warte mal auf den richtigen Moment so dass da keiner im Weg steht ähm da habe ich zu früh gepasst so dass wir den Lauf vom Gegner gepasst haben ich denke das muss ich auch noch üben bis zum Prüfen muss ich das sehr gute Passkoder heute auch der Ball kommt an äh ach come on bitte auf jeden Fall werde ich eine zweite Folge bringen also ich werde ich keinen jeden so Stück für Stück durchbringen ähm immer mal ein Spiel raushauen Uploadplan wird auch kommen so eine Art Reboot oder wie man das nennen mag der Kanal wird noch mal ein bisschen umstrukturiert einigen ist das schon aufgefallen ich habe neues Profilbild oder Benutzernamen oder wie man das nennt auf jeden Fall werde ich auch einen Uploadplan bringen es sind bald Ferien mehr Zeit mehr Lust vor allem mit der Playstation ist solide Aufnahmen zumindest um 720 Pixeln und mit OBS muss ich wie gesagt immer noch schauen dass das vernünftig läuft aber auf Minecraft habe ich auch weniger Lust im Moment und das hier ist grafisch schon ein bisschen anspruchsvoller und auch ein bisschen aktueller würde ich sagen up-to-date wird das nennen kommt verdammt wir haben nur noch 7 Minuten also 30 Sekunden oder so komm lauf lauf nein Gretsch Andone was ich auch feier das fällt mir grad so auf das sind Sprüche von ähm Buschi und Fuß sind das so heißen die Kommentatoren meine ich oder Spitzenamen sind es auf jeden Fall Ball wieder weg da ist der Ball weg die sind eigentlich ganz lustig drauf auch im Real Life man hört zwar schon es doppelt sich aber was soll man erwarten ist die Computerspiele und ist ja nicht mehr oder nein jetzt hatten sie die Chance das wäre die Führung gewesen ich feier es einfach mega diese ganze Grafik hier sieht jetzt wieder diese Zwischensequenz und so ich würde sagen das war eine ganz nice Runde ich hoffe 1-1 bleibt es viel mehr ist für mich heute noch nicht in dem nächsten Spiel allerdings könnte das dann auch mal ein Sieg werden hoffe ich vielleicht auch mal wieder da ist keine Augenbrauch passieren Fehlpass zwei Minuten drauf ja ich denke jetzt ist vorbei jetzt ist vorbei ich mache Eilwurf und Zeitraum ach man das ist ja das ist vorbei ich würde sagen das war ok 1-1 wir sehen uns schon kurz die Statistik an aber ich glaube das war nichts besonderes das gelegt der Trainer und ja das war mein erstes Karriere-Spiel Bezug sein Freundschaftsspiel der Karriere und das war es von mir mit FIFA 18 wir warten noch kurz auf die Statistik und dann würde ich sagen also für seine Verhältnisse doch eher ein schwaches Spiel keine Tore von ihm gehen wir mal oh was sagen sie eben schwaches Spiel hallo was will man denn erwarten das war das erste von mir also bitte oh Wiederholungssequenz ja das brauchen wir nicht weiter ja da ist die Statistik ist eher milder ausgefallen ich würde sagen bis zum nächsten Mal lasst gerne ein Like da oder wenn ihr neu seid auch ein Abo bis zum nächsten Mal